Also, Rudi Alster, Bademeister, Rudi Alster, hier, Schalob, ja! Wer steht braungebrannt am Beckenrand, dort macht ihm keiner etwas vor. Sein Latschenkieferaufguss ist stark bekannt und als Aftershade benutzt er Chlor. Umis, die in Lieben kommen angemalt, wenn seine Bademeisterwaffe eng am T-Shirt spart. Wir trinken absichtlich aus folgendem Grund, er beatmet sie alle Mund zu Mund. Chalocke! Bademeister! Rudi Alster! Bademeister! Rudi Alster! Und jetzt alle! Chalocke! Der Sprungturm ist ein Jagdrevier, dort versteht er keinen Spaß. Wenn Rudi unterm Zehner steht, wird er zum Tier, denn Arschbombe macht bekanntlich nass. Auch die Sixpack war auch Idioten, die gehören seiner Ansicht nach Verboten. Auch gepumpte Muskeltypen werden klein im Schritt, wenn Rudi richtig losdrückt. Ich mach gleich mit! Ich mach gleich mit! Chalocke! Bademeister! Rudi Alster! Bademeister! Rudi Alster! Und jetzt ihr! Chalocke! Ey! Kannst du nicht lesen? Guck mal, was da steht! Ich spreche nicht vom Beckenrand, du Analphabet! Warteregel Nummer 1 besagt, der Chef bin ich. Nochmals nochmal für dich, noch für dich. Und jetzt ihr! Chalocke! Bademeister! Du kaufst Peter, ab in die Dusche, machst die Klöten erstmal ab. Und so lang, hoffe ich, geht. Hallo, was da? Fünf Pult, Dixer, noch kein Spanner. Läuft bei mir nicht. Nochmals zum Alter für dich. Und jetzt ein! Chalocke! Bademeister! Rudi Alster! Bademeister! Rudi Alster! Chalocke! Bademeister! Rudi Alster! Bademeister! Rudi Alster! Und jetzt ein! Chalocke! Hey, Murat! Alle bad kap! . öğrenurer Emergie. Brake! Aufgeben!